Hier ist Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie nun Uta Rindfleisch im Programmteil Kulinarisches Taiwan. Liebe Hörerinnen und Hörer, Süßkartoffeln sind zu einem Synonym für die seit über 300 Jahren in Taiwan ansässigen Einwanderer aus Südchina geworden, während die chinesischen Einwanderer, die 1949 aus allen Teilen Chinas nach Taiwan kamen, als Taro bezeichnet werden. Heute möchte ich Ihnen die Geschichte von einem Mann aus Süd-Taiwan erzählen, der vom Süßkartoffelverkäufer zum Vorstandsvorsitzenden der größten Weiterverarbeitungsfabrik von Süßkartoffeln in Taiwan geworden ist und seine Produkte nicht nur nach Japan, sondern in viele Länder der Welt verkauft, darunter übrigens inzwischen auch nach Deutschland. Die Rede ist von Herrn Zhou Mujang, dem Vorstandsvorsitzenden von K.K. Orchardt, oder auf Chinesisch Gua Guayuan, wobei Gua ein Bestandteil des Wortes für Süßkartoffel, nämlich Di Gua, ist. Seine Firma hat heute einen Umsatz von etwa 680 Millionen NT-Dollarn, also über 21 Millionen Euro. Angefangen hat Herr Zhou sehr klein, nämlich als Fahrer, der für einen Händler Süßkartoffeln ausfuhr. Er war überrascht, wie gut sich die Süßkartoffeln auf dem Land im Süden der Insel verkauften und dachte, wenn er in Taipei Süßkartoffeln verkaufen würde, müsste er eigentlich sehr gute Geschäfte machen können. Sein Boss war bereit, ihm einen kleinen Lastwagen zusammen mit einer Ladung Süßkartoffeln zur Verfügung zu stellen, die er erst bezahlen musste, wenn er sie verkauft hatte. Anfangs ging es nicht so gut, wie er sich das vorgestellt hatte, weil er einen Standort gewählt hatte, der sich recht weit vom Markt entfernt befand. Er zog dann jedoch schon bald in Marktnähe um. Leider musste er feststellen, dass die Käufer in Taipei sehr viel Wert auf ein schönes Aussehen legten, weshalb er auf den weniger schönen Exemplaren sitzen blieb. Da kam seine Mutter, die zur Hilfe nach Taipei gekommen war, auf die Idee, diese schwerverkäufliche Ware zu schälen und in Streifen zu schneiden, sodass sie wie Pommes frites frittiert werden konnten. Diese verkaufte er zunächst an Nachtmarktstände für frittierte Hühnerteile, die zwar hauptsächlich Hühnerstücke frittierten, aber eben auch einige andere Lebensmittel. Doch damit war er noch nicht zufrieden. Er suchte nach einem größeren Abnehmer mit regelmäßigen Bestellungen und hatte die taiwanische Fastfood-Kette, den Gua Gua, im Auge, die bereits Pommes aus Süßkartoffeln in ihrem Angebot hatte. Ursprünglich stieß er dort auf wenig Interesse, aber er blieb beharrlich und den Gua Gua begann zunächst kleine Mengen von ihm zu beziehen. Da er jedoch peinlich darauf achtete, dass diese stets bester Qualität waren, gelang es ihm nach zwei Jahren, die ursprünglichen Lieferanten komplett zu ersetzen. 1987 gab es wegen eines Taifuns eine schlechte Ernte, weshalb er die Süßkartoffeln zum doppelten Preis einkaufen musste. Obwohl er täglich Verluste einfuhr, hob er die Preise für den Endverbrauch jedoch nicht an. Kein Wunder, dass er den Gua Gua bis heute beliefert. Dabei hatte er anfangs noch keine Fabrik, vielmehr wurden die Süßkartoffeln noch alle per Hand geschält und geschnitten. Um überhaupt dazu fähig zu sein, diese Mengen zu liefern, hatte er einige seiner Schulkameraden gebeten, ins Geschäft einzusteigen. Diese wurden nicht nur Aktionäre seiner Firma, sondern halfen am Wochenende auch mit Frau und Kindern bei der Arbeit mit. Und wie die Fastfood-Kette sind ihm auch diese Aktionäre bis heute treu geblieben, obwohl er an sie nur Gehälter auszahlte und die Gewinne immer weiter investierte. Um ausreichend viele Süßkartoffeln guter Qualität aufkaufen zu können, ging er dazu über, Bauern anzuwerben, für ihn als Vertragsbauern zu produzieren. In Tsinhua in der Nähe von Tainan hatten die Bauern ursprünglich nur Süßkartoffeln für Industriezwecke angebaut. Er überredete sie nun, auf Speisesüßkartoffeln umzusatteln. Natürlich gelang ihm das nur, weil er ihnen bessere Einkünfte versprach, ein Versprechen, das er auch hielt, weshalb die Zahl seiner Vertragsbauern stetig angestiegen ist. Heute werden 10% der gesamten Anbaufläche für Süßkartoffeln in Taiwan von seinen Vertragsbauern bewirtschaftet. Für diese hat er aus seinen Gewinnen einen Sicherheitsfonds eingerichtet, der im Falle von Naturkatastrophen für die Ertragsausfälle der Bauern aufkommt und ihnen so sichere Einkünfte garantiert. Sollten bei den Süßkartoffeln eines Bauern jedoch Pestizide nachgewiesen werden, dann weigert er sich gemäß Vertrag, diese aufzukaufen. Früher hatten die Bauern Abschnitte der Süßkartoffelstängel benutzt, um neue Süßkartoffeln zu pflanzen. Herr Tzio hat jedoch damit begonnen, selbst Setzlinge zu züchten. Er vergleicht die Produktivität dieser Setzlinge mit jungen Frauen, während die Pflanzen, die bei der ursprünglichen Methode gezogen wurden, 50-jährigen Frauen ähneln würden. Außerdem garantieren die Setzlinge, dass weniger Krankheiten entstehen. Inzwischen werden die meisten Arbeiten nicht mehr per Hand, sondern in einer modernen Fabrik maschinell hergestellt, wobei aber weiterhin Arbeiter für die Qualitätskontrolle nötig sind. 1994 entwickelte er fertiggebackene, tiefgefrorene Süßkartoffeln für die Mikrowelle. Er war damit allerdings seiner Zeit ein wenig voraus, weil noch nicht viele Haushalte Mikrowelle verwendeten. Als er 2001 jedoch bei einer Lebensmittelausstellung im Welthandelszentrum in Taipei teilnahm, wollten so viele Leute diese Süßkartoffeln kosten, dass er mit dem Aufwärmen gar nicht nachkam. Da kam er auf die Idee, die gefrorenen Süßkartoffeln direkt in Stücke zu schneiden und als eiskalte gebackene Süßkartoffeln anzubieten, was hervorragend ankam. So wurde aus Verlegenheit zwar nicht wirklich ein neues Produkt geschaffen, aber eine neue Essweise. Im Jahr 2010 kam die Convenience-Store-Kette Family auf ihn zu, um ihn als alleinigen Lieferant für die gebackenen Süßkartoffeln in ihrem Angebot zu gewinnen. Dies versprach natürlich ein gutes Geschäft, das er sich nicht entgehen lassen wollte. Doch brachte er auch Probleme für ihn, da nur 20% der Süßkartoffeln, die ihm seine Bauern lieferten, den Größenanforderungen der Kette entsprechen. Das heißt, für die übrigen musste er andere Produkte entwickeln und für diese natürlich auch einen Absatzmarkt finden. Dafür hat er nun eine ganz moderne Fabrikanlage gebaut, die höchsten Standards entspricht und seinem Sohn, der langsam das Geschäft übernimmt, ist es gelungen, eine berühmte japanische Supermarktkette als Kunde zu gewinnen. Auch bei Messen in Frankreich und Deutschland konnte er erste Aufträge gewinnen, weshalb es auch eine deutsche Version der Website der Firma gibt, und zwar unter global.kky.com-german. Das Deutsch ist zwar nicht immer korrekt, doch man kann verstehen, was gemeint ist. Wie die meisten größeren Lebensmittelfabriken hat auch diese einen Bereich für Besucher, wo man sich auch für Do-it-yourself-Aktivitäten anmelden kann. Das kann das Backen von Süßkartoffeln in einem selbstgebauten Erdofen sein, wie auch das Backen von Süßkartoffelkuchen, Aktivitäten, die für Gruppen angeboten werden, oder aber für Einzelpersonen, die Herstellung von Süßkartoffelbällchen bzw. ein Mäppchen, das mit Süßkartoffelstempeln bedruckt wird. Der Ausstellungsbereich in dieser Fabrik ist übrigens auch englisch beschriftet. Ich habe eine Packung der tiefgefrorenen gebackenen Süßkartoffeln benutzt, um ein Dessert herzustellen, wie es in den USA sehr beliebt ist, wo es nicht nur Süßkartoffeln, sondern auch Pekanüsse gibt, und diese Kombination ist himmlisch. Natürlich könnte man dafür auch einfach rohe Süßkartoffeln nehmen und diese zunächst mit der Schale weich kochen, doch diese gebackenen Süßkartoffeln sind geschmacklich noch aparter. Sie haben eben noch eine Schicht mehr an Geschmack. Ich habe diese also im Ofen aufgetaut und dann geschält und mit der Gabel klein gedrückt. Für 300 Gramm Süßkartoffeln habe ich dann ein Ei, einen Spritzer Vanilleessenz und etwa 50 Milliliter Milch sowie 20 Gramm Butter genommen und alles gut vermischt. In den amerikanischen Rezepten wird noch Zucker dazu gefügt, doch ich fand die Süßkartoffeln bereits so süß, dass extra Zucker wirklich zu viel geworden wäre. Das Ganze wird dann in eine gut gefettete Auflaufform gegeben. Darüber kommen dann Streusel aus Mehl, Butter und bevorzugt braunem Zucker unter die auch noch gehackte Pekannüsse gemischt werden. Damit wird die Süßkartoffelmasse abgedeckt und das Ganze für etwa 25 Minuten in den 175 Grad heißen Ofen gegeben. Sollten Sie keine Pekannüsse haben, können Sie auch Zimt und gehackte Walnüsse unter die Streusel mischen. Auf jeden Fall ein leckeres Dessert, besonders für die kalten Wintermonate. Soviel für heute. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.